Musik Der Papa hat immer gesagt, man muss schnell sein, wenn man was sehen will. Weil alles verschwindet. Halt es fest, dass er nicht runterfällt. Und scharf stellen kann, wenn du es da drehst, dann stell es scharf. Komm, dreh einmal. Siehst du es, wie du es verdreht? Ich glaube das nicht. Ich glaube, man muss nur lang genug hinschauen. Hallo. Ja, noch mal vielen Dank. Ja, ich habe das. Ja, ich habe das.